Ja, moin Leute, Smugler am Start mit einer weiteren Folge zu Heroes of the Storm und einem Match hier mit meinen Leuten von X-Game. Diesen Sonntag habe ich mal nicht den ESL Cup gecastet, sondern mit meinem Team trainiert, damit auch wir in ein paar Monaten dick am Start sind, wenn es um weitere Turniere geht. Da ich der Damage-Dealer im Team bin, haue ich heute wieder mit Falstern dick ins Gesicht und erhalte in diesem Match Unterstützung durch eine Zagara, Ufer, Diablo und einem Arthas. Wir haben uns zum Ziel gemacht, viel zu ganken und mit einer Zagara auf der Botlane schön durchzupushen. Schaut einfach selbst, wie gut das funktioniert. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und wünsche etwas verspätet einen schönen ersten Advent. Live könnt ihr mich dann am Mittwoch wieder um 19 Uhr auf dem Kanal von More Heroes auf Twitch sehen. Das war's, Smugler, und wir sehen uns in der nächsten Serie. Hast du jetzt das Top mit mir schon? Ich geh da gleich hoch. Ja, du gehst gleich hoch, alles klar. Kein Problem. Hier und Myphurion sind unten. Warten wir noch kurz nachher. Ja. Also ich hatte Tykes eben auf jeden Fall in der Mitte, der ist auch immer noch da. Wahrscheinlich sind die auch in den Busch oben. Ja. Da sind sie, hier. Ich bin dabei. Okay, der sollte sterben. Der Fettsack soll sterben. Sehr schön. Warte, ich hab vielleicht einen Stun. Der sollte auch sterben. Ja. Wunderbar. Sehr schön. Und weiter. Lass uns hier nicht, 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 nicht. Lass uns hier gleich. Lass uns gleich mal Easy Camp machen, würde ich sagen. Ja. Lass den Tykes rauskriegen, wenn wir können. Ja, ja. Der ist low. Ja, ich kann ein bisschen baiten, wenn ihr wollt. Ja, Easy going, würde ich sagen. Geh du zurück und dann pushen wir hier noch ein bisschen mit und dann gehen wir zusammen das Easy Camp machen. Ich hab den Brunnen, wir können das Easy Camp schon jetzt starten. Ähm, die kriegen unten auf alle Fälle. Dann brauche ich die kurz Hilfe, weil die kann oben nicht alleine halten. Ja, ich bin gleich auf dem Weg. Ich komme hochgeflogen. Lass uns mal tanken. Hier ist es zu weg. Mein Problem ist, wir sind kurz zu base. Ich geh dann wieder mit, meine ich. Moment, das, der Dicke ist da. Ich hab Elidarn hier. Braucht ihr Hilfe bei der Top? Elidarn ist quasi down. Da geht er down. Der Dicke geht auch down. Der Hook. Der Hook. Okay. Gut, billig kommt zu dir. Ich bräuchte, ich bräuchte Ersatz für mich oben. Ich bräuchte Ersatz für mich, muss zurück wegen Mana. Bist du noch da, Angelo? Ich bin überall. Okay, dann geh ich vorerst mal zurück und komm gleich wieder. Wir haben die Werte, müsste möglich sein. Musst dich aber beeilen, weil Sitches wartet nur drauf, dass du... Also, okay, ich kann oben nicht halten. Lass die Dicke angreifen. Ich kann oben nicht halten. Elidarn und Sitche sind da. Wir haben ja Bot, den Bot ist egal. Er hat Bot ist gehalten. Wir haben BTC rausgepickt. Danke dir, ich gehe recken. Das ist halt auch gut, dass ihr das Lowcamp gemacht habt. Ja, das Lowcamp kann schön durchpushen, wa? Ja, nur... Ja, gut. Alter, der Row ist geil. Malfurion ist wieder unten. Wir kommen hoch. Wenn ihr hochgeht, gehe ich Mitte. Und geht zu Elidarn? Ja, den ist schwerer dann. Die sind wieder zu zweit unten. Das heißt, wir müssen Top einnehmen. Ja. Ist jemand in der Mitte? Ja. Ich war zu lange in der Mitte. Also, keiner von denen, meine ich. Ja, die können... Soll ich mitkommen? Wenn der Bock hat? Ne, hab da. Ne, läuft. Läuft. Was ist denn der Alien da, oder? Zeig, es kommt von der Mitte nach oben. Alles klar? Ja, okay. Ne, ne. Der ist wieder hier. Danach geben wir beide Hardcam. Wenn ich wieder zurückkomme. Okay? Okay. Ne, ich kann nicht mit Rhoom. Ich fange schon mal an. Ja, ich bin auf dem Weg. Du bist dann aber zurück, wahrscheinlich wegen der Mana. Ich mache deren Easy Camp. Und in der Mitte zeigt, dass ist jemand da? Ah, ne, ihr macht gerade das Hardcamper. Wir machen gerade das Hard. Ich bräuchte hier oben dann Hilfe. Wir machen das Hardcamper und kommen dann hoch. Ich verliere aber oben, ne? Ich gehe down. Ich bin in der Mitte, das kein Problem. Ja. Wir sind unterwegs nach Toth. Findest du nämlich Mana oben? Ey, Tykes kann ich noch abhalten, aber wenn jetzt noch ein 2 dazu kommt, habe ich ein Problem. Ja, ETC kommt. Ich komme auch. Wir sind, wir sind schon da, wir sind schon da, wir sind schon da. Ey, was soll denn das hier? Geh weg, die Sch... Illidan ist hier. Ich stun den Illidan. Ich gehe raus einfach. Ich kann wieder hoch. Es hat gerade keinen Sinn zu fighten, weil ich keine Mana habe. Ja, die blocken nicht hier hart. Ah, pass. Der kleine... Illidan dran, er führt dann wieder rein. Ich bin da auch gleich da. Ich gehe wieder auf meine Lane runter. Ich muss schnell rengen gehen, bin aber auch gleich wieder da. Ich werde die Top halten. Ja. Ja. Ganz locker. Ich nehme Watt ein. Alles klar, ich fliege wieder in die Mitte. Ja, wir haben Illidan wieder. Wir haben Ulti, die noch nicht. Ja. Ja, wir könnten den Schrein... Oder, ne, ETC ist mit. Ist ja gut gemacht. Jetzt geht mit. Ja, ich komme schon Mitte. Ja, ich komme auch Mitte. Entschuldigung, Miss-Click. Ah, er ist fast down. Jetzt schon spielen wir mit ihm. Mit den Schrein schmolgen. Ja, ich mache, ich mache. Alles klar. Ja, ich mache. Ja, ich mache jetzt in der Mitte durchpushen. Und denkt dran, ne. Niemand kippt in der Lowes. Ja, das wird sogar ein guter Push. Mhm. Ja, das mit dem Gank hat super funktioniert. Echt gut ab. Ja, und aufs Fork. David, pass auf. Ja, ja. Ich wurde gehoopt. Ich konnte nichts machen. Illidan. Ich push einfach weiter hier. Ich bin gefressen. Ich muss back. Ja, dann gehen wir zurück jetzt. Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Genug Scharen gemacht. 80 Kaufenlocken. Wir können zurück, ja. Sehr schön. Ich gehe top, Deffen. Ich gehe an die Bot. Unser Easy Camp ist wieder da. Ey, dann lasst du mal anfangen. Ich bin jetzt schon ein Boss. Ja. Gut, dann lasst du uns das Easy Camp machen. Erst um was. Und danach gehen wir, dass dann was ganz unten ist. Würde ich sagen. Okay. Ich pushe jetzt top noch ein bisschen durch. Ace, kannst du mir ein bisschen helfen? Ja, klar. Oh, fuck. Oh, Tykis ist hier. Aha. Oh, schade. Schade, ey. Ich habe in der erste Kunde den Stun. Schön. Schön. Oh, der Tykis hat den Borer geskillt. Ja. Äh, helft mal top. So, die Worte habe ich jetzt doppelt low camp. Also, der müsste jetzt hier gut pushen werden. Sehr schön. Push einfach weiter. Äh, braucht ihr auch mal einen Milch für top? Oder kann man, dass ich die XP umdrehen? Ja, bitte. Es sind zu dritt oben. Bray könnte jetzt mal hochgehen und da. Ich bin auch gleich top wieder. Bin jetzt ready. Versucht die mal zu interrupten, bevor sie wegfliegen. Ich zerstöre gerade den mal full und solo. Ja, machst du gut. OTC ist mit. Ja. Ja, fort und ein Feld. Sehr schön. Nice. Ja, die gehen jetzt alle runter. Ich muss zurück mal anhören. Wahrscheinlich machen sie hier einen low camp. Ja. Ja, ich bin auf dem Weg zu den low camp. Der geht schon mal hoch. Ja. Ja, okay. Ist ja noch Zeit. Ist noch Zeit. Ich glaube, wir werden low camp immer abfangen. Illidan wäre hier. Ah, zu spät. Kommt von der anderen Seite. Ja. Tykes. Gut gemacht. Sehr schön. Und unten weiter pushen, würde ich sagen. Äh, der Tykes ist ziemlich... Die Schreine jetzt. Ja, egal. Ja. Aktiviert die Schreine. Ich wäre jetzt beim Hardcamp, wenn jemand da wäre. Ich bin da. Ich wurde gefressen. Oh, danke für ihn hier. Die nehmen unten ein. Das schaffe ich hier. Fuck. Das kriege ich nicht. Die Mitte. Ja, oben. Ah, die haben in der Mitte. Pass mal auf. Ah, okay. Sehr schön. Keiner da. Bleibst du in der Mitte, Phil? Dann gehe ich kurz runter. Versuch mir. Ja, die kommen jetzt zur zweiten. Ja, Malfurion kommt. Und DTC kommt. Sehr schön, Ulti. ETC ist tot. ETC ist tot. ETC hat seine Ulti versorgen. Illidan, nimmt Illidan raus. Ah, er hat den schwulen Strahl hier genommen. Ich war so auf Tykes konzentriert gerade. Ich hab Bot eingenommen. Ja, gut. Ich hab gern die Top. ETC ist immer noch hier. Der Trist sollte ein Easy Target werden. Ja, sehr schön. Komm. Ja. Mach den Turm oben auch gleich machen. Dann haben wir uns ja genommen. Ja, ich nehm erstmal einen. Der Turm ist jetzt drauf geschissen. Ja, ja. Genau. die sind zu zweit bot guter die tc und ilidan kann ich nicht halten ja ich komme ich bin binnen vier sekunden bin ich da machen wir das kannst du mal da ich bin gerade dabei wen willst du ich muss erstmal hinkommen ich fliege gerade also erst mal die wave auf jeden fall das david ja dann gehen wir gleich runter ich kann teig ist gut kontrollieren ich hau gleich mal ein hammer rein dann haben wir wissen okay wir nehmen ein ich habe teig ist mal früher noch nicht wesentlich halten können mit stitches auch noch sind drei top ich mache das easy camp alleine einmal furion kommt zur mitte also pass auf martin die sie sollte sterben eigentlich ich bin gefressen dazu geflogen bin gold ist kommt zu euch machen auf den weg muss zurück nach hallo bleiben was darauf teig ist es hier geht nicht zu sehr rein ja auch was ich gehe weg mit dem bohrer ja danke ganz schnell recken schöne ulti sehr schön ja nice die stun ich noch die kommen wieder dazu ich gehe top 1 weg leute ja ich mache ich mache das ich bin auch da damit das und kein ding versuche die mal abzuhalten dass sie herkommen und ich kann durch ich lauf die mitte durch ja und weg lauf mit ja die einhorn brüder einfach full step hier die dan ist hier unten auf dem bot oh was ist der schritt der stirbt ich bin nur mano beim mitmachen also keine stunts von mir zurzeit ja ja was hast du den dicken rausnehmen ist ja schön ja ein bisschen illy dann da ja die kommt weg einfach aufs vor mal drauf ja kann schön schaden machen also kein problem ja ich glaube ich habe ich jetzt habe ich auch keinen anderen da ja muss wieder weg gehen ich bin vorne rum und habe keine ulti ja haben wir aber gut gemacht ja definitiv ein vorbekommenes wow hartcamp ne ich bin dabei ihr wisst nicht was euch erwartet hab ich jetzt grünes über der rübe das denn ist vision aha den ihr hartcamp ist klar äh wir haben sie gerade gemacht werde ich nicht machen können das ist easycam das haben sie auch noch warte das kommst du ruhig zu mir zum depfen ja ja definitiv vorsicht mitte auf in den himmel ja wenn sie mich kämpfen können unten durch pushen ich bin gleich wieder da ich push mal unten noch ein bisschen durch ich bin schon wieder unter ich bin mal mitte blocken etc ist hier entlast mit hätte ich jetzt Sehr schön Kleiner ist gefressen, wo muss Kleiner? Wir haben die 20er ulti Wir haben die 20er Ich komm runter Sehr schön Leute Ja, nice damage Ok, nehmen wir oben Krieg ich n hier bitte? Bitte? N hier bitte Wo hier? Heal Heal Mäuschen Wir haben hier verstanden Ja, frisch Nice 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 Ja, so muss jetzt Da gehen wir mal ab, ne? Ja, auf jeden Fall Alter, das ist das erste mal seit lange, dass wir uns ja im Standard spielen Ja 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 Letzte Woche, vorletzte Woche haben wir oft genug verloren, einfach zu Ja 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 Können wir verstehen, wenn der Angelo da casten muss Ja 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 Das ist schon komfort, ey Ja Kannst du den alleine machen? Ich hole mal um den Schrein Ja, ich hab schon um, wir können mitte gehen Ich hole das easy camp unten Also ich mag eigentlich nicht als heile mitte, also ein Entrochen, das wär useless, aber Kannst wegen Nee, heile sollen nicht nehmen, niemals Ich nehm's Ja Puschen wir mitte durch, oder? Ja, wir pushen drauf Ja Illidan ist down Ich push unten weiter So, ohne auszusehen Ah, schade Ja Ein Held ist vor der Schlacht gewinnen Ein Held ist in die Schlacht zurückgekehrt Bin gefressen Ja, ich kann, versuche hier zu pushen, aber das easy camp den Rest macht, irgendwie Okay, dann zurück der Rest Ja, das gewinnen wir sowieso Ja, deswegen GG, Alter GG Ja, das war richtig gut gespielt Well played Ja Zeke Zeke